Leute, heute möchte ich über etwas reden, was eventuell in Apex Legends kommen könnte. Eigentlich warten alle sehr sehr sehnsüchtig auf den Solo-Modus und ich bin immer noch der Meinung, dass der unbedingt kommen sollte für alle, die einfach Bock drauf haben, für alle, die es nicht geil finden. Die müssen es nicht spielen, das ist völlig logisch, aber ein Vierer-Squad-Battle-Royale-Modus soll im Test bei Respawn sein. Denn aktuell wird ganz kräftig daran getestet. Es ist an dem Gerücht nicht ganz klar, ob dieser Vierer-Squad-Battle-Royale-Modus, also Duos, Trios, Squad, Quad, Quad, Vier Menschen, Vier Legenden. Ihr wisst, was ich meine. Ob das nur ein LTM wird, also ein Limited-Time-Event-Modus, wie auch immer. Vielleicht kommt es auch erstmal als LTM und Respawn testet anhand dieses Modus, wie effektiv, wie beliebt, wie sonst was das ist. Und dann kommt das vielleicht rein, wir erinnern uns, oder wir erinnern uns nicht, wir sind hier gerade mittendrin. Das Post Malone-Event ist so verdammt beliebt und auf sämtlichen Plattformen wird geschrieben. Wir wünschen uns diesen Modus als festen Bestandteil in Apex Legends. Und ich kann es völlig verstehen, es ist ein perfektes Warm-Up, es macht ultra viel Spaß und diesen Modus sollte man einfach fest ins Spiel bringen. Und aktuell könnte ich mir vorstellen, wenn ein Vier-Mann-Modus, ich kriege einfach dieses Wort nicht ausgesprochen, in einem LTM getestet wird und es kommt gut an. Könnte es sein, dass das fest implementiert wird oder es wird gar nicht erst in einem LTM getestet und es kommt fest irgendwann in den nächsten Seasons rein. Und ich würde von euch gerne mal wissen, was haltet ihr davon? Aktuell bin ich der Meinung, lieber Solos als vier Leute in einem Team, was ja mit dem Vier-Mann-Team eigentlich erstmal nichts zu tun hat. Aber ich bin der Meinung, wenn die Squad-Größe oder die auf den Battle Royale-Maps landenden Menschen, also 20 Teams, a 3 Leute, 60 Leute insgesamt. Und wenn wir daraus auf einmal vier Mann-Teams machen, sind es nicht mehr 20 Teams, sondern 15 Teams. Was schon mal die Tatsache steigert, dass sich die einzelnen Teams oder einzelne Leute auf der gesamten Map, nehmen wir jetzt mal Stormpoint, stellt euch mal vor, 15 Squads, die verteilen sich natürlich nicht mehr so gleichmäßig über die Map, wie das eigentlich sein sollte. Auf World's Edge und Kings Canyon, meiner Meinung nach, könnte das funktionieren. Aber sollte das kommen, könnte ich mir eher vorstellen, dass es den Vierer-Modus nicht auf Kings Canyon und World's Edge geben wird, sondern dass die vielleicht exakt für solche Maps gemacht werden. Stormpoint, Broken Moon, die Maps sind wirklich sehr, sehr groß. Und ich habe jetzt vor zwei Tagen erst darüber gesprochen, dass das Skill-Based Matchmaking scheinbar im Publix-Modus raus ist. Viele von euch haben geschrieben, jo, stimmt, fühlt sich so an. Viele haben aber auch geschrieben, dass es nicht stimmt. Für alle, die sagen, dass es nicht so ist, tut mir mal einen Gefallen, geht nochmal in Pubs rein. Aber geht mal alleine in Pubs rein. Mit Randoms, nicht mit Teammates. Ich habe nämlich festgestellt, wenn ich mit zwei festen Teammates spiele, sind die Lobbys extrem schwierig. Du triffst zwar immer noch auf relativ leichte Gegner, aber das ist eher die Ausnahme. Wenn du alleine unterwegs bist, klappt es besser, probiert es mal aus. Dennoch bin ich der Meinung, sollte das wirklich kommen, getestet werden, wie auch immer, auf großen Maps wie Stormpoint und Broken Moon, könnte ich mir vorstellen, dass dann vielleicht die Teamgröße, nicht die Teamgröße, sondern die Anzahl an Squads angehoben wird, wenn es ein 4er Squad wird, von 15 auf 20 Teams, was bedeuten würde, dass wir ein paar mehr Leute auf der Map hätten. Wir hätten 4, 8, 12, 16, 20. Wir hätten dann nicht 60, sondern 20 Leute auf der Map. Dann würde sich das gleichmäßiger verteilen und das könnte wahrscheinlich auch die Vermutung bestätigen. Ich habe vor, lass es vielleicht zwei Monate her sein, habe ich darüber berichtet, dass auch im Test ist, zwei Landungsschiffe, die sich wahrscheinlich entgegenfliegen, auf jeden Fall zwei verschiedene Flugrouten haben, sodass sich eben Squads gleichmäßiger über die gesamte Map verteilen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Sinn machen würde auf großen Maps wie den zwei besagten Maps, dass man diesen 4er Squad Modus aktiviert, zwei Landungsschiffe hat und so sicherstellen kann, dass es tatsächlich so ist, dass wir genug Leute über die Map verteilt haben. Weil mit nur einem Landungsschiff und 20 Squads A4 Mann, das könnte ein absolutes Chaos sein. Und ich bin auch der Meinung, dass ein allgemeines Chaos für einen selber, wenn man drei Leute gewohnt ist, ein vierter Mann könnte vielleicht ein bisschen mehr Chaos reinbringen. Ich müsste es nicht zwingend haben, aber ich könnte mir auch vorstellen, ganz oft, wenn du zum Beispiel, ich weiß nicht, Rank-Modus wird es da wahrscheinlich nicht geben, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn es so wäre, ganz oft musst du dich ja wirklich entscheiden. Nehme ich vielleicht lieber eine Loba mit, um guten Loot sicherzustellen? Nehme ich lieber eine Lifeline mit, um Heilung sicherzustellen? Und ganz oft hast du auch, wenn du mit Randoms spielst, einfach keine Support-Legende dabei, die vielleicht mal reviven könnte, respawnen, also die Banner craften könnte und so weiter und so fort. Und so hast du vielleicht drei richtig starke, angreifende Legenden und eine feste Support-Legende immer mit dabei. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das den Spielstil vieler Leute anders beeinflusst. Und das stelle ich mir trotzdem schon irgendwie geil vor. Und ich bin jetzt auf eure Meinung gespannt, was sagt ihr? Vier Mann, lieber Solos, aber das kannst du halt nicht miteinander vergleichen. Vier Mann ist wirklich ein reines Teamplay, das muss funktionieren. Solos bist du auf dich alleine gestellt. Ich würde mir wünschen, dass es vielleicht beides kommt, weil es gibt andere Battle Royale-Spiele, wie Call of Duty, Fortnite, wo eines von diesen besagten Sachen, entweder Vier Mann Squad oder Solos, schon von Anfang an drin war. Und es gab nie die Diskussion, oh, das brauchen wir unbedingt, weil es war schon da. Und wenn das mit dem Skill-Based Matchmaking tatsächlich so stimmen sollte, auch wenn das einige von euch nicht bestätigt haben, denn das ist auch ein Fakt, warum es stimmen könnte. Auch Fortnite hat die OG-Maps zurückgebracht. Das bringt auch eine Menge Beliebtheit. Und auch hier könnte ich mir vorstellen, dass Respawn der Hintern vielleicht auf Grundeis geht und sie deswegen das Matchmaking klammheimlich entfernt haben. Wie gesagt, das war meine persönliche Empfindung. Du hast natürlich von Millionen Spielern auch mal ein paar richtig Gute in deiner Lobby. Das darf man auch nicht vergessen. Es kann ja nicht sein, dass du immer nur die größten Vollnoobs irgendwie in deiner Lobby hast. Deswegen bin ich nach wie vor überzeugt, dass da irgendwas gemacht wurde. Gerade wenn du alleine reingehst, kann natürlich auch sein, dass es wirklich ein Bug ist oder eben das Post Malone Event dafür verantwortlich ist, weil die meisten so viel Spaß in diesem Event haben und nur die schlechteren Spieler hauptsächlich Pubs spielen. Ich kann es euch nicht genau erklären. Wie gesagt, es hat keiner von Respawn bestätigt, dass da was gemacht wurde. Vielleicht ist es... Wir wissen es nicht. Leute, wir lassen uns einfach mal überraschen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert und vor allem, was nach Dienstag nächste Woche passiert. Wenn das Event von Post Malone, dann nämlich endlich vorbei ist, ist es falsch ausgedrückt, weil das Event ist ja wirklich sehr, sehr geil. Wenn das Event aber nächste Woche endet, werde ich auf jeden Fall in meiner Spätschicht vormittags, spätestens am Mittwoch früh, das nochmal testen. Und wenn ich dann immer noch das Gefühl habe, dass man kein Matchmaking im Spiel spürbar hat, außer hier und da mit Ausnahmen einfach gute Gegner, was mit Matchmaking ja da nichts zu tun haben muss, dann lasse ich euch das nochmal wissen. Dann melde ich mich im Laufe der nächsten Woche nochmal und sage, Hallo, das Event ist vorbei. Daran kann es nicht gelegen haben. Irgendwas muss da passiert sein. Deswegen gebt mir bitte nochmal euer Feedback. Versucht es nochmal alleine, wenn ihr nur mit Teammates es getestet habt. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.